So, dann wollen wir mal sehen, was der Glückskeks heute zu sagen hat. Was sagt der Glückskeks heute? Aha, wunderbar. Ich sehe schon was. Wir haben, mit großem Wohlstand werden sie sich zur Ruhe setzen. Okay, wer von euch geht in Pension mit großem Wohlstand? Und danach schaut es nämlich aus. Herzliche Gratulation, falls es so ist. Tschüss und bis bald.